Tja, es gibt doch tatsächlich Leute, die behaupten, ich bin dick. Das stimmt nicht. Ich bin horizontal herausgefordert. Und deshalb habe ich mich letztes Jahr entschieden, 10 Kilo abzunehmen. Und stellt euch vor, mir fehlen nur noch 13. Marco Riemer im Fitnessstudio. Oh, das geht ja selber hoch. Und ich habe einen neuen Kupfer. Auf die Böse. Achso, Quickstart. Kann man schneller machen? Und Sie müssen gehen. Gehen, ja. Hier, schneller. Ja, schneller. Jetzt muss ich gleich laufen. Das ist so schnell. Das war schnell, gell? Leg mich einmal. Bei der Lady hier will er Eindruck schinden. Marco versucht es mit dem gleichen Laufrhythmus. Und mit Partnerlook. Bringt alles nichts. Macht nur Appetit. So, habe ich mich auf dem Laufband fertig gemacht. Aber jetzt mache ich alle anderen fertig. Sono Giorgio. Giorgio Giumbarelli. Die neue Zumba-Lehrer in diesem Fitnessstudio. Hey, kennen Sie Zumba? Zumba, das ist im Prinzip Aerobic mit Tanz und Musik. So was mag allerdings nicht jeder. Ich auch nicht. Egal. Hey, ciao Amici. Hallo zusammen. Ciao. Tschuldigung. Tatjana verspätet sich heute circa Viertelstunde, 20 Minuten. Der Giorgio ist da. Der wird eventuell im Herbst bei uns die ein oder andere Zumba-Stunde geben. Der wird jetzt heute mal ein bisschen vertreten. Danke. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Allora, mi chiamo Giorgio. Giorgio Zumbarella. Allora, ich mache die Zumba, die Zumba kommt original von d'Italia, aus Zumbrien. Deshalb heißt die Zumba Zumbrien. E perché Zumba originale, senza musica, ohne musica, solo in the movement. E allora. Giorgio Zumbarella. A Mary Tiki Tomba. A Massa, Massa, Massa. A Massa, Massa, Massa. E Balua, Balua, E Balua. E Balua, Balua, E Balua. Sehr gut. Und in the street, forne und lache. Ha, ha, ha. Und drehe. Ha, 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 ha. Si, bravo. Und jetzt in die Kreise. In die Kreise mache Ringel, Ringel, Reihe. Und immer ein Schritt, Schritt, Schritt. Und Ringel, Ringel, Reihe. Meitele, gönne ich meise von der Schweiz. Meitele, gönne ich meise. Und Ringel, Ringel, Reihe. Meitele, Mädchen, gönne ich meise. Die Buben ziehen die Handschuhe an. Schneele das Bein. So, wie der Macke. Der Biwa, Biwa, Buze, Macke. Geh in die Kreise rum. Und jetzt raus. Er schüttet sich. Und hörst ein Schönen. In de Tüch. Biwa, Biwa, Buze, Macke. Und wieder verteile. Alles wackele. Und jetzt wackele. So. Miete, schultere, wackele. Miete, schultere, wackele. Oh, ja. Und jetzt wiederkommen. Oh, schultere, schultere. Allora. Und jetzt, bevor die Tatjana kommt. Meine lieben Freunde. Herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Gell? Hast du gesagt? Ja, hat sie's gesagt. Das war super. Das war super.